Ein Junge Ein Junge Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Ich doch auch. Aber wie müsst ihr das irgendwie auf Video bekommen, oder? Du kannst doch nicht rumschreien und rumhämpfen, bist doch nicht auf der Hochzeit. Ich war doch nur glücklich, ja. Ich hab mich gefreut. Jetzt ist der Sicherheitsnächster und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Dr. Beth. Dr. Beth? Bitteschön, Doktor. Guten Tag, mein Name ist Dr. Beth. Ich bin der leitende Oberarzt. Ihre Frau hatte einen präeklampischen Anfall, weshalb wir sie zeitweilig ins künstliche Koma versetzen mussten. Die Geburt ist ohne Komplikationen verlaufend. Sie sind Vater eines Sohnes geworden. Herzlichen Glückwunsch. Der Kleine ist 47 Zentimeter groß und circa 3.800 Gramm schwer. Ihre Frau konnte sich gegen ihre Brüder durchsetzen und hat ihm den Namen Toni gegeben. Von meiner Seite, und ich denke, das spreche ich im Sinne Ihrer Frau, es wäre schön, wenn Sie das nächste Mal bei der Entbindung dabei wären. Dankeschön, Doktor. Das war der Untertitelung des ZDF, 2020. Das war der Untertitelung des ZDF, 2020. Das war der Untertitelung des ZDF, 2020. Da ist man auf dem, ja?